Wunder, Rat und Held, dein Fest wird Leben bringen. Wird Leben uns gelingen, du rufst die Welt. So haben wir, liebe Schwestern und Brüder, hier in dieser Kirche während der Tagzeiten in den letzten Tagen gesungen, um uns innerlich darauf vorzubereiten, um uns Herz und Sinn aufschließen zu lassen für das, was in dieser Drei-Tage-Feier geschieht. Wird Leben uns gelingen, du rufst die Welt. Während der Krisermesse hat unser Metropolit seinem Priestern im Kölner Dom zugerufen, die Kirche ist krank. Nun kann man das vielleicht als ein Lamento verstehen, wie wir das so oft hören, von verschiedenen Seiten. Man kann es verknüpfen mit dem Wort, das durch Papst Franziskus in die Welt zu kommen scheint, dass die Kirche so etwas ist wie ein Lazarett, obwohl es schon viel, viel älter ist als von Franziskus. Der Gedanke kommt von Origenes, den zum ersten Mal richtig äußert in seiner Auslegung des barmherzigen Samariters. Man kann dieses Wort aber auch ganz tief verstehen für das, was geschieht in diesen Stunden, dessen Zeugen wir werden sollen, was an uns geschieht, wenn wir diesen Satz sagen, die Kirche ist krank. Wenn die Kirche für so vieles steht, dieser kleine Zirkel dort im Abendmahlsaal, eine Handvoll Leute, die Jesus sich ausgesucht hat. Wenn wir auf die Typen schauen, nicht unbedingt Hand verlesen. Offenbar war er nicht besonders wählerisch. Ganz unterschiedliche Charaktere, Temperamente, Bildungsstufen, wenn man so will. Diese Handvoll steht nicht nur für die Kirche von damals bis zu dem Tag, da Christus wiederkommt, sondern sie steht exemplarisch für die ganze Welt. So können wir dieses Wort von Kardinal Woelki durchaus verstehen in einem tiefen geistlichen Sinn. Die Kirche ist krank. Oder wer will die Augen davor verschließen? Dass in dem Moment, da Jesus sich anschickt, einen Sklavendienst zu verrichten, die Reaktion beim Sprecher dieses Zwölferkreises, der immer als erster genannt wird, Petrus, Verweigerung ist. Mag gut gemeint sein. Aber vieles Schlimme kommt in die Welt, dadurch, dass man es gut meint. Ich habe es doch nur gut gemeint. Wir kennen diese Bemerkung, die wir oft dann wie etwas Sanftes hinterher schicken, wenn die Katastrophe schon da ist. Du mir die Füße waschen. Nein. Großes Theater. Schlichte Verweigerung, zu verstehen, was Christus hier tut. Es ist letztlich, wenn man so will, die Ablehnung alles dessen, wozu er überhaupt gekommen ist. Von Gott her zu kommen, als Sklave, wie es Paulus sagen wird, in diese Welt, um diese Welt wieder heimzuführen. Um sie auf den rechten Weg zu bringen. Verweigerung das Erste. Verrat gleich das Zweite. Wer kann davor die Augen in dieser Nacht verschließen? In dem Moment, da Jesus das Brot nimmt und es bricht. Und sein eigenes Leben, seine ganze Existenz dort hineinlegt. Er spricht in dieses Brot, in diesen Akt der Brechung des Brotes und davon spricht, dass er es ist, in diesem Brot. Dass er selber gebrochen wird. Damit diese vielen unterschiedlichen, die da an diesem ersten Tisch Platz genommen haben, eins sind. Und doch, einer von denen ist derjenige, der Jesus verrät. Auch der großmaulige Petrus wird das tun. Aber er findet zurück. Er findet durch das, was wir mit diesem altmodischen Wort Reue bezeichnen, zurück. Diese Reue, die ihn neu aufschließt und aus sich heraus, aus seiner Krümmung herausbringt, wieder zu Christus zurück. Bei Judas ist es offenbar anders. Er findet zu dieser Reue nicht. Er verschließt sich immer mehr in sich selbst. Und er setzt sich selbst in der Beigung und Verrat. Wo Jesus am letzten Abend seines Lebens alles zusammenzufassen scheint. Seine ganze Sendung, alles, wozu er gekommen ist, alles, was er zu tun, sich anschickt, am nächsten Tag zurück. Vielleicht sollte uns das nicht wundern, dass gerade bis auf den heutigen Tag die Liturgie es ist, die in der Kirche, die immer krank ist von Anfang an, so etwas wie ein Kampfplatz und ein Tummelplatz ist für alles Mögliche. Genau für diese beiden Symptome, die wir schon im Abendmahlsaal diagnostizieren können. Verweigerung und Verrat. Hier geht es nicht um die ein oder andere Form, um diesen oder jenen Ritus, um die eine oder andere Änderung. Es geht um etwas viel Tieferes. Dass wir uns oft genug im Gebaren dieser Welt, wie es das Johannes-Evangelium sagt, anschicken, das, was Jesus hier tut, was er hier stiftet, zu verraten. Man kann das an einem Beispiel deutlich machen, dass wir wahrscheinlich sofort alle verstehen. Wenn wir sagen, dass Jesus an diesem Abend das Amt stiftet, also dass die Hierarchie ihren Ursprung hier hat, dann klingelt es bei manchen schon in den Ohren und sagt, oh je, oh je, das ist jetzt wirklich ein bisschen pikant. Ja, das ist pikant. Wenn man Hierarchie so versteht, wie man oft manchen Hierarchen auch begegnet, Anwesende nicht ausgenommen. Indem sie irgendetwas konnotieren mit Herrschaft. Damit hat das nichts zu tun. Wer wollte nach diesem Evangelium der Fußwaschung innerhalb der Kirche oder innerhalb des Klerus das Wort Herrschaft auch nur in den Mund nehmen. Hierarchie meint anderes. Hierarchie meint den offenen Blick in den Ursprung, in den heiligen Anfang. Und dazu gibt es das Amt. Liebe Schwestern und Brüder, es mag in anderen Institutionen unserer Welt Götter in Weiß geben. Aber in der Kirche gibt es keine Götter in Rot oder in Pink oder in Schwarz oder sonst einer Farbe. Die gibt es nicht. Es darf sie nicht geben. Das ist der Sinn von Hierarchie. Diesem Beginn, der in der Fußwaschung wurzelt, im Verbluten am Kreuz, im gebrochenen Brot, der der gebrochene Leib Christi ist, damit alle sich zur Einheit in ihm sammeln können, die sich ihm anschließen und davon empfangen. Und aus diesem ausströmenden Blut aus dem Kelch trinken, damit sie diese Einheit und diesen heiligen Anfang und Ursprung bewahren. Das ist der tiefe Sinn dessen. Und es wird zugleich zum Prüfstein für all das ganze Sündenregister, das wir gar nicht alle aufzählen können. Es geht immer um beide Seiten. Die Extreme sind immer die größten Gefahren. Wenn ein Sakrament so weit entrückt ist, dass man es nur noch von Ferne anschaut und skrupulös nicht mehr empfängt, ist es genauso ein Irrweg, wie wenn auf der anderen Seite aus dem eucharistischen Brot ein Snack und aus dem Kelch ein netter Aperitif gemacht wird, der an der Bar ausgeschenkt wird. Wir haben beides. Wir müssen uns nichts vormachen. Beides kennen wir. Beides ist Verweigerung und Verrat. Beides hat die Krankheitssymptome dieses Beginns im Abendmahlsaal. Und man kann, wenn man genau hinschaut und es versucht geistlich zu lesen, das in allen Epochen der Kirchengeschichte beobachten, bis in die Gegenwart. Und möglicherweise bleibt uns das erhalten. Was ist das Medikament, wenn wir von der Krankheit der Kirche sprechen? Die Väter benennen das Medikament. Sie sagen, Christus selber als der Arzt reicht uns die Medikamente. Deshalb bezeichnen sie die Eucharistie als Pharmakon Athanasias, als Arznei der Unsterblichkeit. Und alles das, was in diesem heiligen Ursprung dieser österlichen Feier, die wir heute Abend beginnen, wurzelt, ist Medikament für diese Krankheit, die die Kirche immer wieder befällt und die wir vielleicht, wenn wir ehrlich sind, bei uns selber feststellen können. Verrat. Im Kleinen, wie manchmal auch im Größeren. Verweigerung. Die Frage, warum muss ich denn überhaupt erlöst werden? Mein Leben ist doch ganz schön. Klar, ein paar Abstriche gibt es. Wozu? Wozu dieser, wir haben noch in einer Gruppe letzten Tage darüber gesprochen, wozu dieser grausame Tod? Wieso lässt Gott so etwas zu? Aber wenn wir diese Schritte mit Jesus gehen, ab heute Abend sehen wir, dass wir in ihm ja Gott selber begegnen. Er lässt sich brechen und teilt sich aus als Arznei, damit wir uns nicht als Einzelne verlieren, damit wir uns nicht weiter vergrallen in unsere eigenen Bewegungen. und wir können es oft genug rechts und links beobachten, wie schnell geschieht es, dass im eigenen Haus, wo wir mit unterschiedlichen Parteien leben, jemand stirbt und niemand nimmt Notiz davon. 14 Tage später erhält man eine Nachricht im Raum nebenan. Alles das sind solche Symptome, die sich wie ein Virus von der Kirche aus über die ganze Welt verbreiten und umgekehrt, die wir uns in der Kirche einfangen und meinen noch, wir seien dann zeitgemäß, wenn wir diese Krankheiten kultivieren, statt das andere zu tun. Den Weg zu gehen, den wir heute Abend neu beginnen, den Weg Jesu, den Weg, in dem er uns als Arzt entgegenkommt, in dem er sich zum Diener, zum Sklaven aller Macht, in dem er sich jetzt in dieser Stunde neu austeilt im Sakrament jener Arznei der Unsterblichkeit. Es liegt an uns, ob wir uns heilen lassen, indem wir diesen Weg mitgehen, ob wir ihn im Sakrament so empfangen, dass er uns wirklich heilen kann. Wunderrat und Held, dein Fest wird Leben bringen, wird Leben uns gelingen, du rufst die Welt. Erstens. Vielen Dank.